Eine Frage, die gerade in den letzten drei, vier Monaten häufiger aufgetreten ist. Andreas, wie soll ich das machen? Nächstes Jahr soll es ja extrem werden. Man redet von unglaublich vielen Pleiten, von einem wirtschaftlichen Chaos. Und ich habe da echt Muffensausen, Ängste, Befürchtungen, dass es nächstes Jahr super schwierig wird. Und mir ist es klar, dass sicherlich viele Firmen untergehen werden. Aber was tue ich dagegen, damit mir es nicht passiert ist? Wie kannst du mich unterstützen? Was kannst du für mich tun? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, deinem Performance-Coach. Diese Frage wurde mir in den letzten Monaten einfach sehr oft gestellt. Da ich mit Unternehmern Führungskräfte zusammenarbeite, ist da nicht auch eine Angst, die entsteht, eine Befürchtung, die entsteht, dass das nächste Jahr sozusagen ein Jahr wird, wo es dazu kommen könnte, dass der eine oder andere, den ich kenne, der bei mir auch in Beratung ist, sagt, boah, hoffentlich überstehe ich dieses Jahr. Klar, wenn man die Medien anschaut, wenn man auf allen möglichen Social-Media-Plattformen nachliest, wenn man regelmäßig gewisse Nachrichtensender anschaut, besteht die Gefahr, dass man befürchtet und Ängste hat. Die Herausforderung bei Befürchtungen und Ängsten ist die, dass sie nicht so dominant wird, sodass es zu einer sogenannten Effizienzblockade führt. Denn Ängste und Befürchtungen ist ja nichts anderes, wie wenn wir vorher uns schon ein Pflaster drauf machen, bevor wir uns geschnitten haben. Nichtsdestotrotz sind diese Ängste da. Die zu eliminieren, wird uns nicht gelingen. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Ängsten erstmal um? Was machen wir mit Befürchtungen? Und da gibt es schon mal den ersten Tipp, einen ganz wichtigen Tipp, wenn wir darüber nachdenken, hatten wir diese Ängste, diese Befürchtungen als Unternehmer, als Selbstständige, als Führungskraft schon öfters, auch den Jahren davor. Natürlich sind die schon wieder vergessen, verdrängt und nur sind die jetzt momentan die Aktuellen da, auch in einer Situation, die in den letzten 20 Jahren nicht vorhanden war. So, und das führt dazu, dass wir anfangen, ständig darüber nachzudenken, hoffentlich schaffe ich das, schaffe ich es überhaupt, kann ich es überhaupt schaffen, was wird nächstes Jahr passieren, verliere ich mein Haus, verliere ich mein Auto, verliere ich meine Wohnung, verliere ich meine Firma, verliere ich meine Familie, kann ich sie nicht mehr ernähren. Das sind alles die Szenarien, die auftreten. Und da kann man einmal daran arbeiten, an den Ursachen die Ängste rational zu überprüfen, das ist eine Möglichkeit, diese Sorge, die man hat, auch nochmal rational zu überprüfen, da gibt es also viele Techniken. Darum geht es aber heute nicht. Das ist sozusagen die Ursache, an der sollte man auf jeden Fall arbeiten, denn es gibt Menschen, die zum Beispiel zwecks nächstes Jahr relativ wenig befürchten und bis gar keine haben und auch keine Ängste haben. Warum? Weil sie gelernt haben, damit umzugehen. Da gibt es Techniken, die wollen wir heute nicht durchsprechen. Heute geht es tatsächlich mal darum, um die Symptombehandlung. Und da ist doch die Frage, wenn wir nächstes Jahr eine ganz besondere Herausforderung haben, wie können wir da agieren, um die Situation, die unglaublich viel Aufmerksamkeit kostet und viel Energie, wie gehen wir damit um? Was können wir tun? Und da werden wir jetzt ganz zusammen feststellen, lasst uns überlegen, was müssen wir machen? Wir müssen, nicht wir wissen, wir werden, kein müssen, Entschuldigung, wir werden dafür sorgen, dass wir ausreichend Energie haben, um mental in der Lage zu sein, dieses Szenario, was da über die Medien aufgeschlagen wird, wo wir gar nicht genau wissen, ob es alles so kommt, wie es gesagt wird, dass wir auf jeden Fall mal mental und körperlich gewappnet sind, diese Herausforderung aufzunehmen, anzunehmen. Das ist unsere Arbeit, das ist unsere erste Arbeit. Wir müssen uns überlegen, was brauchen wir da? Wir brauchen einen klaren Geist, wir brauchen Energie, ein hohes Energielevel, wir brauchen einen stabilen Energiespiegel, einen stabilen Blutzuckerspiegel im Körper, im Gehirn, denn nur so ist es überhaupt möglich, dass alles, was auf uns zukommt, unabhängig von der Situation, die gerade herrscht, dem Herr zu werden. Runtergerechnet geht es wieder einmal um das Thema Energie, Energy is the key. Da haben wir einmal auf einer Seite die sogenannten Energieräuber. Was sind unsere Energieräuber? Unsere Energieräuber sind einmal ein nicht ausreichender, also die Quantität und die Qualität, ein nicht qualitativ hochwertiger Schlaf. Die Tiefschlafphase ist nicht gut genug, da brauchen wir 60 bis 90 Minuten Tiefschlafphase. Wir brauchen eine REM-Schlafphase für den Geist von 90 bis 120 Minuten. Wir brauchen eine Gesamtschlafzeit, wenn wir ein hohes Anforderungsprofil haben, von plus sieben Stunden, am besten 7,5 bis 8 Stunden. Wenn die Schlafqualität stimmt. Ohne Schlafqualität hilft auch 8 Stunden nichts. Also das ist einmal ein gewaltiger Energiefresser. Dann haben wir den nächsten Energiefresser, ist das, was wir aus der Situation machen, wenn wir eine große Herausforderung haben, ist das, was unser Gehirn dabei denkt. Das können wir auch gerne als Stressfaktor bezeichnen, als negativer Stressfaktor. Dann haben wir das Thema Ernährung. Was ist auf unserem Teller? Was führen wir zu? Inwieweit liefert uns das Energie? Oder inwieweit raubt uns das, was hier auf dem Teller liegt, Energie? So, das sind die Sachen. Und last but not least, nicht vergessen, die regelmäßigen Bewegungen, was wir brauchen. Und der Mensch ist ausgelegt, zwischen 20.000 bis zu 40.000 Schritten am Tag zu laufen. Wenn wir da nur bei 1.000, 2.000 sind am Tag, ist es eine Unterforderung, was dazu führt, dass wir den Stress nicht ausgleichen können, dass wir nicht gesund müde sind abends. Und das wiederum führt, ja, zu Schlafherausforderungen. Haben wir ein zu hohes Stresslevel? Also unser Gehirn ständig im Stressmodus ist, hormoniert im Stressmodus, sind wir nicht in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. Wir machen Fehler im Business, wir machen Fehler bei der Ernährung. Wenn wir Stress über die Ernährung kompensieren, wir können nicht schlafen, bedingt durch den hohen Stressfaktor. Dadurch, dass wir müde sind, nicht ausgeschlafen sind, haben wir keine Lust, uns zu bewegen. Ihr seht ja, das ist ein Riesenpaket. Was wir da haben, kein Riesenpaket, sondern es ist einfach eine große Herausforderung. Und dem können wir gerecht werden, wenn wir wissen, wie wir vorgehen, wenn wir eine Strategie haben. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Also wir haben einmal die Energiefresser, die haben wir jetzt genannt. Und jetzt können wir natürlich aus den Energiefressern rausgehen und können sagen, okay, also wir haben einmal den Schlaf. Jetzt gehen wir in unser System, überlegen, wie viel Schlaf habe ich eigentlich? Oh ja, ich habe nur 6,5 Stunden im Durchschnitt pro Tag, pro Woche. Ich habe am Wochenende mal ein bisschen mehr, aber wir wissen ja, nachschlafen und vorschlafen funktioniert nicht. Okay, jetzt überlege ich, wie kann ich das verbessern? Und schaue mal rein, warum schlafe ich zu wenig? Ich stelle fest, ja, das kann ich tatsächlich ändern. Ich kann einmal die Strategie ändern, wann ich ins Bett gehe, meine Vorlaufphase, die Vorschlafphase verändern und siehe da, ich komme in Zukunft, habe es nachgerechnet, komme ich auf 7,3 bis 7,5 Stunden. Ich habe fast eine Stunde mehr Schlaf, was wiederum dafür sorgt, dass man den Energiespiegel hochgeht. Denn ausgeschlafene Menschen sind viel leistungsfähiger. Ausgeschlafene Menschen sind stressresilienter. Okay, ein Punkt. Haben wir schon mal eine Lösung gefunden? Klar, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, die Schlafqualität zu verbessern, indem wir eine Schlafstrategie haben, wie man die letzte halbe Stunde bis Stunde, was man da macht, da gibt es ein paar No-Gos. Es gibt ein paar Go's, die man unbedingt umsetzen kann, dass die Schlafqualität steigt. Haken dran, möglich, super. Und wenn wir den Schlaf optimieren, von fast bis zu einer Stunde, gibt es ein energetisches Plus, ich schätze mal von vornherein mindestens um 25%. Dann hört man das Stressmanagement an. Jetzt überlegen wir, welche Herausforderungen haben wir? Welche wiederkehrenden Herausforderungen? Was löst bei mir persönlich in meinem Persönlichkeitsprofil Stress aus? Wir stellen fest, dass es immer wieder gleiche Auslöser sind. Jetzt ist die Frage, können wir diese Auslöser verändern, die von extern kommen? Nein, können wir nicht. Wir können aber unsere Reaktion darauf ändern. Dafür gibt es auch Strategien. Die Reaktion auf die Aktion von außen, die können wir ändern. Das liegt in unserem Persönlichkeitsprofil, in unserem Verhaltensmuster liegt das verankert. Okay, auch hier Haken dran, wow, ich kann mindestens 50% der Stressfaktoren, die von draußen entstehen, kann ich die Energien wegnehmen. Ich nehme denen einfach die Energie weg. Ich lasse es bei mir im Gehirn nicht wirken, denn nicht die Situation ist ausschlaggebend, ob ich Stress empfinde. Sondern das, was mein Gehirn daraus macht, das Resultat der nachfolgenden Gedanken, wow, auch hier wieder, pss, noch mal 20, 25, bis zu 50% Leistungssteigerung. Wow. Dann kommt das Nächste. Ich überprüfe mal mein Essverhalten. Ich überprüfe mein Frühstück. Oh, das ist qualitativ nicht besonders wertvoll. Da könnte ich echt was dran ändern. Ich überprüfe mein Mittagessen. Wow, auch hier viel Luft nach oben. Ich überprüfe mein Abendessen. Wow, maximal Luft nach oben. Auch hier gibt es Strategien zu sagen, wie optimiere ich mein Essen? Nehme ich soweit wie möglich art- und bedarfsgerecht gestalte? Wow. Und dann habe ich von sieben Tagen, sechs Tage mein Essen optimiert. Essen regelmäßig in Zyklen. Esst die optimale Makronährstoffverteilung zwischen Proteine, zwischen Fetten und zwischen Kohlenhydraten. Habe dazu noch einen gesunden, ausgleichen Blutzuckerspiegel, natürlichen Blutzuckerspiegel. Bam. Und noch mal 20% obendrauf. Sind schon fast bei 100%. Und jetzt kommt noch das Thema Bewegung dazu. Ab sofort, ich gucke rein, meine Liste, denke, okay, also Bewegung, wow, viel zu wenig. Viel zu wenig. Ab sofort fange ich an, mit 3 mal 20 Minuten in der Woche mich zu bewegen, steigere das nach vier Wochen auf 3 mal 30, bin letztendlich immer bei 3 mal 45 Minuten pro Woche. Konsequent. Noch mal den Leistungspegel nach oben getrieben. Wir sind schon bei einer 100% mehr Leistung. Wie klingt das? Mega, oder? Ja. Und jetzt überlegst du gerade, hast du diese Power? Überprüf es einfach. Überprüf es, so wie ich es gerade gemacht habe. Überprüf deinen Schlaf. Schlafqualität, Schlafmenge. Überprüf dein Stressmanagement. Was kannst du ändern? Dich ändern. Erstmal dich ändern. Nicht die anderen. Du kannst nicht die anderen ändern. Du kannst nur dich ändern. Deine Reaktion drauf. Dann Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten. Nimm mal diese vier Komponenten und die Lupe. Dann rechne dir mal aus, was du hier rausholen kannst. Und jetzt hast du einen genialen, ich sage es ganz leise, Wettbewerbsvorteil. Und jetzt kommt nächstes Jahr eine Situation. Die fängt ja jetzt schon an. Und du weißt, dass du dafür viel mehr Energie brauchst. Zum Denken, zum Kreativsein. Für neue Ideen brauchst du Energie. Und die hast du jetzt. Du hast es ganz klar auf dem Tisch liegen. Du hast es sichtbar vor dir, was du alles ändern kannst. Was hindert dich jetzt noch diese geniale Formel, um, jetzt kommt es noch dazu, deinen Stoffwechsel, deinen energetischen Stoffwechsel zu optimieren. Da brauchst du keine Pillen dazu. Das ist eh nur Unfug. Diese Pillen, was du da gibst, sind die maximal 5% von denen. Wenn weiterhin die Energieräuber so bleiben, wird es nicht funktionieren. Und jetzt bekomme ich Besuch. Deswegen mache ich hier schon mal Schluss. Hab ganz viel Spaß beim, was ihr tut. Und bitte denkt daran, unten findet ihr andreas-trienbacher.com. Einmal euren Termin eintragen. Wir haben kürzlich unser Spaß miteinander. Dankeschön.